ja leute wie ihr seht bin ich einfach in der runde kursi ich wurde wirklich dazu angestiftet es tut mir leid bisher habe ich eher bin ich zu 90 prozent an hacker gestorben deshalb mal schauen mal schauen vielleicht wird es ja noch was bäm so das sind wir in der zweiten runde wir sind natürlich in der ersten runde an keinen hacker gestorben und der heck natürlich auch nicht der typ so ich hoffe jetzt mal eine runde ohne hacker zu bekommen es ist wirklich es ist wirklich traurig es ist immer noch so keine ahnung was los ist die hacker sind zumindest schwächer geworden sie können nicht mehr so rum bieten und somit krasser reach rumlaufen kommt mir vor aber sie hätten trotzdem und verlierst gegen die klünen jungs ich werde hier von dem typen gefasst zehn von zehn shots so für die zehntausend stunde ach so einfach nö wer sagt dass kursi kursi sich irgendwie gebessert hat weil sie auch noch bewundernswert findet die hacker treyharden mittlerweile wenn sie gebootment werden laufen sie weg es gibt es einfach nicht und wer jetzt sagt ich habe nicht reportet ich habe ihn reportet leute ich habe ihn reportet er ist einfach gestorben er wurde gecleanet in der runde und ist in die nächste direk gegangen i play for stats jo ich spiele zwar nicht auf stats aber ja das war es mit dir und ich treffe den longshot ich muss sagen es hackt zwar jeder wie scheiße rein aber wenn man jetzt nicht an stats spielt oder nicht in die top 10 spielen will dann geht schon mal kann man schon mal spielen würde ich sagen aber im vergleich zur hg jetzt mal ehrlich wenn wir das jetzt mal vergleichen in hg findet findet man vielleicht jede zehnte runde ein hacker und hier ist halt mindestens jede runde ein hacker der sieht mir nach hacker aus wollte ich gerade sagen okay geilo 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 ja in der final round bringt auch nichts wenn jeder hackt no slow down by the way wisst ihr wer noch lebt ja genau der hacker ah und wer ist hinter mir oh der hacker das sieht man auch die hacker sweat mittlerweile schon rein ich liebe qsg ein like und ein pray für qsg dass es jemals besser wird nicht denn es wird nicht besser es wird nicht besser wer wer in die kommentare schreibt von euch qsg ist besser geworden näh entre näh 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 näh